Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 22. Oktober Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich selig werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Apostelgeschichte 16, Verse 30 und 31 Glaubst du nicht an Gott? So wurde ein junger Mann von seinem Vater gefragt. Er antwortete, ich leugne Gott nicht, das käme mir einfach dumm vor. Aber Gott ist mir noch nicht begegnet, darum interessiert er mich nicht. Einige Wochen später begegnete Gott diesem jungen Mann. Er hatte ein fürchterliches Erlebnis, in dem er die Hand des wirklichen, lebendigen Gottes erkannte. Des Gottes, von dem Jesus gesagt hat. Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in die Hölle. Ja, vor dem fürchtet euch. Nun fragte der junge Mann erschrocken, was soll ich tun, dass ich selig werde? Genau so war es 2000 Jahre früher dem Kerkermeister in Philippi ergangen. Die Bibel zeigt uns da eine seltsame Situation. Ein kahler, trostloser Gefängniskorridor. Völlig aufgelöst steht der Kerkermeister vor dem Apostel Paulus und Silas. Eben hatte sie aus der fürchterlichen Zelle herausgeholt. Und nun kann er es gar nicht abwarten, seine Frage anzubringen. Was soll ich tun, dass ich selig werde? Was hätten wir hier geantwortet? Paulus hat sich keinen Augenblick besonnen. Es geht Schlag auf Schlag. Was soll ich tun, dass ich selig werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht denkt mancher, da hätte doch aber gleich ein Wort gesagt werden müssen über Taufe oder Buße oder Kirche. Nun, von all dem hat Paulus später zu dem Mann gesprochen. Jetzt geht es um die Hauptsache. Jesus ist die Hauptsache. Jesus steht im Mittelpunkt des Evangeliums. Jesus allein macht selig. Jesus allein rettet vom Zorn und Gericht Gottes. Herr Jesus, werde du uns über alles wichtig. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.